Meine Damen und Herren, liebe Fans, am 15. Oktober 2020 ist der ehemalige WXW-Wrestler und mehrfache WXW-Champion Carsten Beck im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Und wir wollen Ihnen an dieser Stelle, wie es Tradition ist, die Ehre erweisen. Ihr seid dazu schon aufgestanden, dazu vielen, vielen Dank und ich bitte alle Aktiven des heutigen Abends auf die Bühne. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der König der Ketscher, Carsten Beck! Applaus Carsten Beck! Carsten Beck! Carsten Beck! Carsten Beck! Danke für alles, danke für alles. Wir vermissen dich nicht nur heute, sondern in jedem verdammten Tag. Meine Damen und Herren, den größten Applaus, den Oberhausen gehört hat, für den König der Ketscher, Carsten Beck! Applaus Carsten Beck! Carsten Beck! Carsten Beck! Carsten Beck! Carsten Beck!